Hallo meine Lieben, ich grüße euch heute zu einem Follow Me Around und herzlich Willkommen aus Düsseldorf erstmal. Wir sind hier, ich zeige euch mal so ganz kurz im Schnelldurchlauf, ich bin hier am Holiday Inn Hotel am Hafen, genau. Und hier ist das Licht aber schön, oder? Was sagt ihr? Ja, heute ist der Webvideopreis und ich dachte mir, wer weiß wie lange ich YouTube noch mache, einmal möchte ich gern zum Webvideopreis einfach als Zuschauerin und ich darf dabei sein heute. Und hab mir gedacht, das gönne ich mir jetzt mal und es ist jetzt halb eins und ich muss jetzt gleich eigentlich los. Ich springe jetzt unter die Dusche, ich kam jetzt aus München und jetzt hab ich, ich sag die ganze Zeit und, 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 gell? Nein, ich bin einfach etwas aufgeregt, entschuldigt bitte. Hier seht ihr mein Gepäck, ich kam jetzt wie gesagt aus München, bin mit dem ICE gefahren, ich hab voll das geile Schnäppchen geschlossen, geschossen, nämlich 29 Euro hab ich gezahlt, ich bin heute Morgen 6.40 Uhr gefahren bis um halb zwölf von Düsseldorf, äh, von München nach Düsseldorf, ist das echt cool. Die ganze Zeit WLAN im Zug, also Hut ab, wir hatten glaube ich nur eine Viertelstunde Verspätung und, ja, jetzt bin ich mit der S-Bahn hergefahren, hab mir noch einen Kaffee geholt und, ja, ich freu mich einfach hier zu sein in Düsseldorf und bin gespannt, was ich heute erleben darf. Also, wie gesagt, ich bin Zuschauer, ich bin natürlich nicht nominiert oder irgendwas, aber Webvideopreis 2017, dieses Jahr mal mit mir, ich darf live dabei sein und danach geht's noch auf die Aftershow-Party und ich dachte, vielleicht habt ihr Bock und wollt mit mir gemeinsam das machen. Und jetzt werde ich unter die Dusche springen, mich umziehen. Ihr seht, ich hab noch meine Brille auf, ich habe meine OP morgen, ich lande, also ich fliege zurück, ich fahre nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, beziehungsweise nicht mit dem Zug wieder zurück, sondern ich fliege, dauert ja nur eine Stunde. Und dann werde ich direkt am Flughafen bleiben und meine Augen operieren lassen, aber dazu werde ich in einem anderen Video mehr sagen, so ein Vorabbericht. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie morgen früh noch. Ich stehe früh auf, drehe euch noch den Vorbericht und wie auch immer. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder. Ich bin sehr gespannt, aufgeregt und hoffe, ihr habt Bock da drauf auf einen kleinen Vlog, auf ein kleines Follow-me-around hier aus Düsseldorf. Ich war jetzt so, ich bin mal wieder alleine unterwegs, ja, ist total schade, aber es ist keiner mitgekommen. Ich hoffe, ich sehe ein paar bekannte Gesichter und liebe Mädels und Jungs wieder. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später. Bis dann! So, meine Lieben, so vielleicht, es ist super dunkel hier, vielleicht sieht man mehr, wenn ich so... Nee, egal. Ich hoffe, ein bisschen was könnt ihr erkennen. Das ist mein Outfit für heute. Ich bin sehr, sehr froh, dass in Düsseldorf super Wetter ist, wie in München auch. Ich habe mir hier, sieht man das mit diesem Duttkissen, einen Dutt gemacht. Aktuell liebe ich Kreolen. Ich habe mir gerade noch meine Nägel lackiert und meine Fußnägel weiß lackiert. Besser, also eher schlecht als recht, sagen wir es mal so. Wenn da jemand hinguckt, der wird sich auch denken, was ist das für eine geisteskranke? Also, es sieht ziemlich wild aus. Und ja, ich hoffe, es ist schick genug und sie lassen mich damit rein. Dann habe ich ein paar Accessoires hier noch gewählt. Wie gesagt, die Kreolen. Mein Make-up ist relativ schlicht, weil ich ja eh Brille tragen muss, leider. Und ja, rote Lippen, also es ist eher so eine Bärenfarbe. Genau, dazu ziehe ich jetzt noch meinen Mantel an, weil es ja dann noch auf die Aftershow-Party geht und ich nicht weiß, wie lange das geht. Und dann geht es jetzt los. So, Freunde der Sonne, ich bin wieder da und ich habe Besuch einmal von der lieben Nina Kutschera. Ihr kennt ihren Kanal sicherlich. Und von ihrem lieben Ehemann, der Ehemann genannt, ne? Der Ehemann. Und hier ist schon voll der Trubel und es ist total witzig. Ich war ja, wie gesagt, noch nicht da. Und ja, eigentlich war ich die ganze Zeit auf der Suche nach was zum Essen. Ich habe aber nichts gefunden. Also, naja, auf jeden Fall geht es bald los. Wenn ihr hier seht, ist hier der Blue, also der Red Carpet in dem Sinne, wo die ganzen Stars und Sternchen sind. Und ich bin eben, hier ist die Absperrung und ich bin hier. Yay! Und, hallo! Und es ist total cool. Ich stelle mich jetzt nicht auf den roten Teppich, aber hier seht ihr, das sind auch die ganzen Kamerateams. Moment, ich drehe mal die Kamera um. So geht es hier ab. Und ja, da geht es. Da kann man sich da was zu trinken. Ich sage, hier seht ihr auch die ganzen Kamerateams. Und ich dachte, da kommen auch die ganzen Stars rein. Ah, da seht ihr schon, da stehen schon die ganzen Stars, hier die Mädels. Und hier sind die ganzen. Hallo! Sehr cool. Hier ist es lustig. Also hier ist die Bühne. Und genau, hier ist mein Sitzplatz, relativ weit vorne. Total cool. Und ihr seht schon, hier sind die ganzen Leute, die hier gesietetet werden, also die einen Sitzplatz haben. Aber es ist schon relativ voll, wie ihr seht. Herzlich willkommen zum Webvideopreis 2017! Das war übrigens brutal, sie mussten Blutkonserten ausgeholt werden. Wir waren uns nicht komplett einig, aber der Sieger war am Ende, ich glaube, für alle ein Kracher. Der Sieger des Ersten, wir zeigen ihn ruhig, drehen wir rum, Engage the Future Awards ist die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung. Die kümmern sich darum, wenn Sven weiß, Sex wird er auflaufen. Und das Programm, Moment, das müsst ihr mal ganz kurz hören. Das Programm und die Idee, die jetzt ab sofort gepusht wird, Barbara, das hat nichts mit dir zu tun, heißt Pussy is Power! Also etwas über 160.000 Abonnenten, was hast du denn mit deiner Oma noch vor? Wo willst du sie sehen, wie willst du sie sehen? Wir schauen mal was. Wir gehen einfach mal weiter und schauen, wie wir Freitag vorgehen. Aber ich habe das Gefühl, Herr Galli, du bist eigentlich wild entschlossen und zu einem bereit, oder? Oh ja. Ich bin noch nicht Reviews. Immer um diese Zeit. Hier bin ich. Ich bin noch malOOF. at Wasser bis jetzt von Umwand. Ich bin noch nicht so Easy. Da bin noch dein Leben im Rung. Bücherin ist man sehr still. car Deine Name, du fassst mir es nicht. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, herzlich willkommen. Dankeschön. Wie fühlt man sich, wenn man seinem Kind so einen Preis überreicht? Ich würde sagen, es ist ein junger Sport. Er ist auf jeden Fall in Funktion für die Jungen, die sie bezahlt haben. Deine Mutter hat die Mission, Youtube-mäßig durchzustarten. Sie will jetzt auch Youtuberin werden. Wie stehst du denn gegenüber? Ich stehe voll hinter dir. Vielleicht kannst du jetzt mal alle Leute da draußen, die, die meisten da sind ja nicht so erfolgreich wie du, aber die, die gerade anfangen, die sagen, ich will mir eine Community aufbauen. Welche Tipps würdest du dir geben? Wie fängt man am besten an? Also zum einen sage ich immer, dass jeder Tag ein Level Up sein muss. Das heißt, bevor du schlafen gehst, musst du eigentlich in irgendeiner Dach, egal was ist es, auch wenn es Klavierspielen ist oder sonst jonglieren ist, immer irgendwo besser sein. Weil all das hilft dir auf deinem Weg auf jeden Fall. Das heißt jeden Tag Level Up. Und das zweite ist auch wenn es runter geht oder wenn es hoch geht, also wenn es runter geht, dann musst du umso härter arbeiten. So Leute, der Webvideopreis an sich ist vorbei. Wir sind jetzt hier gerade in der Location. Es ist super, super schön. Hallo Sarah. Und genau, das zeige ich euch dann später. Ich habe mir jetzt gerade hier noch einen kleinen Drink geholt und jetzt gibt es Flying Buffet. Schaut euch mal bitte diese Karte hier an. Wir haben schon gesagt, einmal oder dreimal alles. Super lecker. Und ja, ich habe jetzt auch total Hunger und den ganzen Tag schon unterwegs. Und jetzt erst mal was. So meine Lieben, ich habe gestern gar nicht mehr gefilmt. Mir ging es nämlich nicht so gut. Ich habe dann, ich habe euch ja noch das Essen gezeigt, glaube ich. Und dann, genau, ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen gehabt bzw. habe sie immer noch. Und deswegen ging die Party für mich gestern leider nicht so lange. Macht aber nichts. Es war trotzdem ein tolles Erlebnis. Viele Eindrücke. Und es war einfach, also ich habe mich jetzt nicht fehl am Platz gefühlt. Naja, doch eigentlich schon. Also unter diesen ganzen, ihr habt ja gesehen, in welchem Block ich saß. Vor mir saßen die Nii, die süße Maus, Hatice, Dagi Bee, ihr Verlobter, Mrs. Bella saß da, Paola. Also so die ganzen YouTube-Größen irgendwo. Und dann, ich bin drin. Ne? Honey-Lädchen, der Elefant im Porzellan-Laden. Nein, wisst ihr, was ich meine? Also es war echt ein cooles Erlebnis, mal dabei gewesen zu sein. Aber es war schon auch, ich bin irgendwie aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, wisst ihr? Also ich meine, ich habe die ganze Zeit nur so da gesessen und geguckt und oh und wow und krass. Und naja, auf jeden Fall ein kleines Follow-me-around. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut! Ciao!